haudi leute und ja recht herzliches willkommen hier zurück zur nächsten folge hier von projekt microsoft dungeons dragons and space shuttles ja in der letzten folge waren wir ja fleißig im questbuch unterwegs und ja wir sind immer noch auf der suche nach dem ja letztendlichen finalen womit wir die nächste questreihe freischalten im moment irgendwie tappen wir noch ein bisschen im dunkeln ich hoffe ja mal dass es die quest hier die reihe dass wir hier dann vielleicht irgendwo haben wäre ganz schön ja ansonsten müssen wir uns hier eben wirklich durchkämpfen durch diese ganze sache weil im endeffekt müssen wir den zeug der zeug ich irgendwann mal alles kraft ja und wir wollten heute uns mit dem ankommen backpack beschäftigen was ja doch auch ein bisschen was an gelungen bebrauchen so wir brauchen da können wir gleich mal machen 8 8 13 eisenplatten also können wir schon mal 13 eisen wieder mal schmelzen beziehungsweise in drauf geben obwohl wir haben hier noch 9 und 4 8 hat sich erledigt wir haben alles gut okay das hat sich also erledigt die eisenplatten haben wir wir müssen jetzt das normale backpack erst mal machen dafür brauchen wir ein bisschen ja baummehl was wir ja haben eine ganz normale chest und ja der rest ergibt sich damit hätten wir das das haben wir alles da gehabt und jetzt gucken wir mal kriegen wir denn das ding hin ich würde mich freuen nein toll wir haben keine kiste mehr wow oh ernsthaft alle chests verarbeitet krass das ist ja krass ok aber gut so eine chest ist ja nun jetzt nicht das äh schwerste ja doch gut so dann haben wir das und jetzt eigentlich nur noch hier rein und jawoll da haben wir das ankommen gut weg cool ging schneller als gedacht hoch ja jetzt können wir uns aussuchen was nehmen wir ein foresting backpack enchanted book oder ein cake ich glaube ich werde den kuchen nehmen ähm 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 ja gut wie wir sehen führt mich dieses quest buch heute echt an der nase rum ok wir kommen jetzt also zum basic draw und kommen zum filter modul und kommen hier unten wieder raus äh ja also ist das auch noch nicht das ende der fahnenstange wie ich finde äh wow na gut wir gucken einfach mal ähm wir tun jetzt einfach mal ein basic draw erstellen mal gucken wo wo wir am ende raus kommen ähm weil irgendwo muss ja mal ähm das quest buch ein einsehen haben und muss uns ja mal irgendwie einen weg bringen wo wir weiter kommen ähm 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, ähm, genau, damit haben wir die zwei Basic Draws, wir kriegen einen Hopper und zwei Copper Coins, so, genau, so, jetzt gucken wir mal gerade, wo geht es denn hier lang, oh, okay, hier geht es nochmal nach, ah, okay, na, wir gucken mal, ich bin gespannt, ein Filtermodul soll es sein, okay, na, das geht ja nochmal, weiß Gott, gut, schnell und einfach, äh, Mal gucken, vielleicht kommen wir jetzt heute mal in die nächste Ebene, meine Freunde, das wäre mal richtig schön, zack, Filtermodul ist da, war jetzt nicht so schwer, ähm, so, Na ja, gut, jetzt kommen wir hier hin, jetzt kommen wir da hin, okay, so richtig, irgendwie habe ich das Gefühl, äh, das, äh, ja, gut, okay, äh, wir gucken mal, wir gucken mal, was es uns, ähm, Was uns, äh, die ganze Sache bringt, so, was wollten wir jetzt, wir brauchen jetzt eins, Upgrade Äh, Moment, jetzt gehen wir mal gerade bei Storage, Storage, äh, Moment, Storage, hier, und zwar dieses schöne Ding, Moment, mal, So, ähm, genau, wir wollten dieses Upgrade Template erstellen, äh, muss ich mal gerade gucken, das kann man doch gerade mal hier, äh, müssen wir uns gerade hier mal, Warte mal, warte mal, die Batterie kann weg, äh, der Circuit, ja gut, kann auch erst mal weg, wir machen uns jetzt erst mal, das Ding rein, weil wir brauchen die Teile, gucken, vier, vier Stück wären schön, jawohl, das geht, ähm, gut, haben wir die, jetzt brauchen wir, Äh, das Modul haben wir, und die Sticks, okay, gut, wir brauchen ein paar Sticks, Stick, und ich brauche mehr Platz, habe ich das Gefühl, So, äh, Clay weg, 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 wir haben echt, irgendwie immer, volles Haus hier, so, äh, so, genau, jetzt gucken wir mal, vielleicht haben wir jetzt Glück, Oh, ja, da haben wir es, Upgrade Template, so, wir kriegen Iron Spikes und nochmal Basic Draw dazu, Okay, und damit haben wir hier unten die Iron Spikes sogar schon abgeschlossen, sehr schön, ohne, dass wir was machen mussten, äh, ja, okay, So richtig ergibt mir diese ganze Questreihen Sache hier gerade noch nicht so wirklich Sinn, aber gut, ähm, wir gucken mal gerade, was haben wir denn als nächstes, Ein Tier 1 Storage Modul, Eisenplatte, Netterquartz, Netterquartzplatte, So, ähm, zwei Netterquartzplatte, Bäh, Netterquartzplatten, Netterquartzplatten haben wir, gar kein Problem, aber, 1, 2, äh, das Problem wären die Goldplatten bestimmt, Gold, Weil Gold haben wir zwar, aber keine Platten, 1, 2, das heißt, wir werden hier gerade mal Gold, äh, in Plattenform verwandeln, so, äh, Storage, warte mal, wo war das, das ist doch, Was ist hier, ach nee, das ist Refined, ähm, RF-Tools, äh, muss ich wieder umstellen, oder, RF? Storage Modul, hier, so, zwei Goldplatten brauchen wir, okay, Red Alloyal müssten wir haben, Eisen Gear und eine Kiste, äh, Iron, also ein Iron Gear werden wir nicht haben, Und eine Chest werden wir auch nicht haben, weil, wir haben ja vorhin mitgekriegt, dass wir keine Chests mehr besitzen, Wir haben aber auch gerade keine Holz mehr auf Tasche, äh, Wut, Naja, gut, nicht so schlimm, Wut haben wir noch ein bisschen, also, an Holz mangelt es uns noch nicht ganz, geht, So, ich glaube, dann haben wir es, hoffe ich, so, also, wir, wir kämpfen uns durch, Es muss ja irgendwann mal, muss ja mal, äh, ja, das Teil soweit sein, dass es sagt, hier, äh, hier ist ein Ende, So, okay, wir, ah, okay, unten kommen wir jetzt endlich wieder in die, in die anderen Quests, okay, Okay, ich glaube, wir schaffen es heute mal in die nächste, in die nächste Region, und zwar, wir brauchen jetzt noch ein Storage Upgrade von Eisen, Oh, wow, na gut, das geht, habe ich ja alles, doll, ähm, das ist weg, ach, jetzt muss ich aber wieder, oh Gott, Moment, äh, Storage, Storage, Wir müssen hier mal da hin, zack, ach ja, und das muss ja wieder auf Holz, habe ich jetzt, brauche ich Eisen, Hilfe, 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 so, nein, ich bin doof, das doch nicht, das billig, ja, okay, auch fertig, vier Inferium Platten kriegen wir dafür, oh, jawohl, jetzt wird es interessant, okay, Okay, ich glaube, jetzt sind wir auf dem Weg, wo ich hinwollte, Gott, erst mal aufräumen, warte mal, wie ist denn das jetzt hier, Baubels, bla bla bla, du kannst es also ins Baubels packen, das Menü, ja, müssen wir gucken, die Inferium weg, die Dinger weg, Gott, 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 Stone weg, die Spikes weg, ah, Kohleblock weg, Eisenblock weg, Drawers weg, ah, viel zu viel, ah, so, äh, Superglue weg, Okay, ähm, jetzt gucken wir mal, was sollen wir jetzt machen, wir brauchen jetzt noch eine Silberkiste, Mit Silberplatten, ja, warum auch nicht, und natürlich noch Kupferchest und davor eine normalen Chest, okay, also acht Kupfer und acht Silber, ach, Mann, Alles kein Problem, kriegen wir alles hin, so weit haben wir ja noch ein bisschen was, das stört uns jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich, ähm, acht davon, acht davon, Okay, wir können jetzt hier mal ein bisschen was, das ist, das ist, das sch bén jober, nachdem wir's, das ist, das ist, das ist, das nicht euer, und dann auf die Türbuchstèche, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist das, das ist, 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 das ist Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, das geht schon. Gucken wir mal gerade hier hinten. 24 Eisen. Echt, da kommt nur Eisen? Ah, okay. Ja gut, es kommt Nickel raus, aber... Moment. Müsste man das nicht... ...gedrittelt? So, ne? Mal gucken. Ich glaube, so müsste es gehen. So müsste der jetzt beides rausziehen. Oder? Okay, Eisen ist er rausgezogen. Okay, na gut. Er sollte gehen. Oh Gott, ich muss was essen. Ah! Es wird Zeit, dass ich mir eine andere Essensversorgung aussuche. Ich habe da schon so eine Idee, aber... Ja, mal gucken. Noch macht es die jetzt so. So, da haben wir die 8. Das heißt, wir bauen jetzt fix eine normale Kiste. Die ja nicht das Problem ist. Die umwandeln wir jetzt mal mit Kupfer. Und dann mit Silber. Und dann haben wir es. Zack. Perfekt. Quest erledigt. Okay, wir kriegen noch ein bisschen Loot zu. So. Oh, wow. Äh. Okay, es geht hier rüber noch. Ach, du Heilige. Na gut. Wir lassen uns überraschen. So, wir sollen jetzt den Exchanger-Core bauen. Tier 1. Okay, ein bisschen rote Farbe. Okay. Äh. Rot. Äh. Red. Moment. Red. Haben wir kein Rot? Ach Gott, wir haben Rot. Alter, wir haben Rot ohne Ende. Äh. Exchanger. Ex. Change. Exchanger-Core. Boah, das müsste doch dann der sein. Genau. Voila. Und da haben wir ihn einmal. Alles da. Höh. Gar kein Problem, ne? So, wir kriegen noch einen Tier 1-Core. Okay. Und vier Spawn-Imps. Okay. Okay. Ja gut, nur zu. So, und dann sollen wir jetzt, äh, den Wutten-Exchanger bauen. Aber, Moment, was war jetzt hier? Hi. Achso, ja, mit Tiberium kannst du es nicht abholen. Ja, ja, das war mir schon fast da. Okay, das ist ein bisschen Holz, ne Elektro-Thin-Silikon und nen Redstone-Gier, ne? Wow. Ist jetzt nicht weiter tragisch schwer. Äh, Moment, wo haben wir denn da? Wooden-Exchanger. Und zwar, wir brauchen die Teile, wir brauchen davon vier. Zack. So, dann hoffe ich jetzt mal, aber ich hab das Gefühl, das war noch nicht, das war noch nicht, das, äh, Elektro-Thin-Silikon, ähm, haben wir nicht mehr. Moment, Silikon. Silikon. Ja, Silikon haben wir noch. Ich hoffe mal, dass das war noch so, wie ich mir's, so wie ich's in Erinnerung habe. Jo. Gut. Äh, nee, nicht da rein, sondern da rein. Das wieder raus. Das erst mal hier wieder rein. Eieiei. Okay, so, weg. Silikon weg, das weg, das weg, das und, äh, das Uncoming Loot-Back erst mal weg, weil, äh, keine Ahnung, ich werd's heute und morgen nicht brauchen. Die Kupperkiste kann auch weg. So, da haben wir das. Äh, ja. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Wood. Hammer. Gut, damit müssten wir den Wooden Exchanger, ach so. Nee, okay, können wir noch nicht, weil wir müssen ja das andere Ding, ach Gott. Das hab ich ganz vergessen. Das Ding. Einmal. So, jetzt auch mal. Tadaa, einmal der Wood, äh, Wooden Exchanger. Genau. So. Und wir kriegen eine Elektro-Teen-Seed. Ja, nice. Ja, aber wie wir sehen, war das immer noch nicht das Ende der Fahnenstange. Verdammt. Ähm, okay. Ja gut, wir werden erst mal hier Elektro-Teen anbauen. Habe ich gehört, soll ganz gut sein. Äh, ja. Oh je. Ich hab das Gefühl, das wird noch, das wird noch, äh, das nimmt noch kein gutes Ende hier, ey. Oh wow. Das heißt, wenn das noch nicht das Ende war, dann könnte hier, nee, hier kommt nichts mehr, hier geht's bloß noch, wir könnten hier beim Laser Glück haben. Oder wirklich hier unten. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Na gut, was sagt der Zeit? Okay, wir haben noch ein paar Minuten, haben wir noch. Äh, ich würde jetzt mal noch grad, eine Sache würde ich jetzt noch probieren. Ähm, ja. Und zwar würde ich mir die Kinetik Dynamo mal anschauen, oh Gott. Hätte ich's mal lieber gelassen. Iron Wood, wir brauchen schon wieder Eisenplatten. Also, wir haben den Eisen verbraucht, der ist ja der Wahnsinn. Ähm, so, nochmal. Acht Stück. Acht davon und dann brauchen wir noch acht Silikonplatten. Ach du Hellige. Ich glaube, da scheitert's doch schon wieder. Bei Silikon haben wir, wenn's hochkommt, zwei. Silly. Ja, vier. Und, ja, wir brauchen acht. Ähm. Jetzt muss ich wieder rausfinden, wie war das nochmal gleich? Moment. Uh. Ach Gott, das war Silikon Bowl. Das war Sandicol Compound. Das war Kohleblock, Clay und ein bisschen Sand. Guck mal grad. G2 können wir machen. Äh, Sandy. Warte mal, Sand. Okay, einen haben wir noch, haben wir drei. Okay, wir brauchen ein paar Clayblöcke. Clay. Ich glaube, Clay sollten wir ja wirklich... Ja, doch. Also, ein Clayblöcken sollte es uns eigentlich nicht mangeln. Clay kriegst du ja wirklich beim Farm, äh, ja quasi hinterhergeschmissen. So, jetzt müssen wir grad wieder nochmal gucken. Äh, Sandicol Compound war's, ne? Genau. Da. Gut. So, jetzt haben wir nochmal 15. Das sollte erstmal reichen. Äh, nein, nicht da rein. Wir müssen das erstmal hier durch den Ofenbrutzelbrutzel machen. Und dann gucken wir mal weiter. So. Genau, und die Silikon Bowls, die hauen wir jetzt hier oben durch die Sommel. Und dann kriegen wir eigentlich genug Silikon, um weiterzumachen. Weil das verdoppelt sich ja dann. Oder sogar ver... Wow. Verachtfacht sich. Okay. Okay. Umso besser. So, wie sieht's aus? Okay, wir haben zwei Stacks Eisen. Und ein bisschen Nickel. Naja, gut. Nickel ist jetzt nicht so... Ähm. Ist ja auch Bursenabfall. Oder ein Zusatzprodukt, was rauskommt. Aber da rausgeht. Damit kann ich erstmal leben. Ähm. Ich packe jetzt erstmal hier die ganzen gepulveristen Sachen rein. Weil das wäre ich heute und morgen auf jeden Fall nicht mehr schaffen, durchzuschmelzen. Das muss ich mal so gestehen. So 33 und was habe ich gesagt? Ach, da braucht man, ne? Ähm. Ne, warte mal. Wir brauchen bloß noch vier. Vier haben wir ja schon. Ähm. Ähm. Ach, ach so. So, ah. Genau. Dann braucht man noch vier Iron Rots. Das war ja wieder... Hier ein Blacksmith. Genau. Na, ich sag ja. Wir haben einen Eisenverbrauch. Eins. Zwei. Ja, bitte lässt nochmal für vier reichen drei. Ähm. Okay, das sind Eisen Nuggets. Hier müssen wir ein vier. Gut. Ähm. Da haben wir das. Wir brauchen die... Warte mal. Haben wir nicht die zwei Cooper... ...Kupferblöcke hergestellt? Oder haben wir bis einen? Warte mal. Copper. Copper. Je, wir haben sogar die zwei. So. Wir haben auch noch zwei davon. Ich glaube, dann haben wir alles. Ja, und das grüne Ding in der Mitte hatte ich auch noch. Ja. Da haben wir alles. Gut. Ja, gut. Dann haben wir wenigstens in der Folge noch ein bisschen Warte schafft. Den Kinetik Dynamo. Der uns dann vielleicht irgendwann mit Energie versorgt. Ich bin mir noch unsicher, auf welche Schiene ich gehen werde. Äh. Windmüll. Muss man gerade gucken. Drei, sechs, acht. So eine Wildblätter braucht das. Wie viel habe ich jetzt gekriegt? Wenn das wäre... Ah, ich habe bloß zwei. Hä? Und die waren jetzt wieder wie? Treated Wood. Ne. Ne. Ah, mach ich heute nicht mehr. Ne, ne. Da gucke ich mir jetzt die Tage an. Beziehungsweise. Ähm. Wenn wir dann wieder... Ne, Quatsch. Das ist doch der Falsche. Das ist doch der Crescent Hammer. Ich brauche doch hierfür den... Ach. Ähm. Wie hieß denn der andere Hammer? Warte mal. Hammer. Da ist er. Den brauche ich doch. Den Ingenieurs Hammer. Da habe ich letztens ganz vergessen. Hier mal wieder das Ding dran zerholen. So. Nichtsdestotrotz, meine Freunde. Ich würde sagen, das war es erstmal von hier. Von hier, von heute. Von der Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Einschalten dabei sein. Wird mich natürlich riesig über positive Feedback von euch freuen. Ja. Und natürlich, ähm. Würde ich mich auch freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Und natürlich vergesst nicht. Aktiviert, äh. Auch die Glocke unter dem Video. So verpasst ihr keine Folge mehr. Und seid immer brandaktuell informiert, wenn sich was tut hier. Bei uns auf dem Kanal. Ähm. Ja. In dem Sinne. Gibt's nicht mehr Filz hinzuzufügen, als wie euch einen schönen Dach zu wünschen. Bis später. Haut rein. Ciao.